hallo youtube ich grüße euch zum neuen let's play hier beim landwirtschaftssimulator 19 projekthof bergmann haben wir mal ein kurzes update ich habe mir mal diesen transporter geholt weil wir wollten ja unbedingt bei hühner zum fleisch erschaffen und das werden wir jetzt gleich mal tun also rein in das moped anwerfen und ich habe das mitbekommen dass das gar nicht geht mit diesen vier hänger hühner zu transportieren also hier zumindest ist nicht das ist ein bug oder was keine ahnung habe ich jetzt noch nicht weiter probiert ist jetzt egal wir nehmen jetzt den transporter da geht so haben wir ja richtig rein machen erstmal das tor zu dass uns das väter gedünst nicht entweicht so jetzt machen wir hier mit erstmal darum geht das jetzt nicht auf genau zu öffnen das fahrzeug einsteigen türmenü öffnen und ihr seht jetzt steht hier transit 260 es genau und jetzt immer bei hühner genau verschieben okay das ganze der order wieder zu wir können ja mal gucken da hinten die klappe jetzt da sehen wir dass das die ganzen flügelküsten jetzt hier hin sind jetzt machen wir hier erstmal das tor zu vom hühner stall und jetzt fahren wir zum fleischer also ja 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 nicht zu schnell sehen hier innerhalb jetzt gehen wir ein bisschen schneller fahren sind wir ja außerhalb von der ortschaft da steht der blitzer wieder schön blinke blinke machen jetzt muss ich auch mal gucken hier ist der fleischer genau hier müssen wir jetzt an ne quatsch war die kneipe hier ist der fleischer mann 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 sind wir schon zu weit gefahren ich glaube von ist die fleischerei wir sind zu weit gefahren genau wir müssen hier rein so wie ihr seht die hühner jetzt abgeladen und hier bekommen wir dann unser fertiges produkt das hühnerfleisch ok fahren wir zu unserem hof es gibt genug anderes noch zu tun eigentlich könnte man den transporter gleich stehen lassen wegen der einladerei stellen wir den mal hier so ein bisschen auf die seite so ich denke man sollte da nicht stören so jetzt gehen wir auf unseren hof so ihr habt alle schein haben alle fein habe aber das gucken wir uns trotzdem mal an die kühe also ihr seht jetzt wir haben jetzt im hühner stall noch 49 hühner weiß 33 hühner braun 13 hühner in schwarz und dann haben wir noch 13 enten ok und natürlich unseren hahn bei den schweinchen sieht es auch ganz prima aus kuhstall jetzt mal rein ist auch alles gut stroh na gut kennt man dann mal wieder etwas reinwerfen das ist alles im grünen bereich hervorragend würde ich sagen ok jetzt gucken wir mal nach unseren brot ich hatte ja wieder brot angesetzt man müsste eigentlich auch schon wieder was fertig sind gucken wir gleich noch mal einen hühner stall wegen eiern aber nicht groß wieder so gut so gut so gut natürlich ist wieder was fertig hier genau da ist wieder bei 100 prozent nehmen wir gleich mit na man will das jetzt wieder nicht hallo jetzt ok so jetzt haben wir noch die euer kiste das ganze irgendwie ist es jetzt wieder ein bisschen kacke hat das ganze na jetzt ging es na na kann so ist jedoch gut also wie ihr seht naja haben wir schön hier haben wir unser brot stehen hier ist unsere käse als wir kennen heute schon ein bisschen was verkaufen hervorragend würde ich sagen die euro zu so jetzt gucken wir mal wie es fällt technisch aussieht da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut tippel dippel 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 so das ist gerste diesen wachstum ja einwert ist gut steckstoff perfekt hier vorne hammer klubbe was habe ich denn da habe ich der weizen eingebaut schlaue scheint zur hälfte schon reif zu sind oder ach nee das war ja hier so genau wie sitzen überhaupt alles perfekt perfekt ok also kennt man langsam schon sagen wir lassen das ganze gedönst erstmal reif werden und dann haben wir das runter ok immer hier sind noch mal bei den ziegen und bei den schafen ein die erste wolle haben wir ja auch schon fertig ihr seht hier dieses bei sieben prozent aber das paket ist fertig das kennt man theoretisch schon verkaufen gut die haben auch noch genug glaube ich ja aber ich würde sagen wir werden den bestand ja mal ein bisschen auffrischen haben uns mal nach wo ziegen und pauschal für holen ich würde sagen noch 20 schafe und 20 ziehen ob man das geld nicht hinbekommen so immer noch weiße schafe genau genau jetzt haben wir 20 schafe noch gekauft und jetzt kaufen wir noch was hat gesagt 20 ziegen schwarze genau genau so jetzt kommt gleich noch mal ein bestand rein moment 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 genau hier jetzt haben wir 50 schafe dann 20 mal ziege weiß 20 mal ziege schwarz und 20 mal ziege braun genau so werden wir mal halt was brauchen wir für die ziegen moment 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 wir brauchen stroh brauchen wasser gras silage gut wenn wir mal uns unseren fans schnappen einmal silage auch so nicht erstmal hier ist er hier ist er die haugabel die ballen gabel wollte ich sagen da haben wir noch ein gewicht miteinander hängen so wir brauchen einmal bestätigen genau zack langsam machen wird dass man dann wieder rein schieben höher hin nur freie sicht von der raus haben genau hier mal die ziegenmilch produktion richtig ankurbeln jetzt machen wir das tor auf das tor auf ja das tor auf duest Das kippt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Habe da jetzt was genommen hier, harter, ok, wenn ihr seht, kreuz die Leiche ist wieder voll mit 5500, hervorragend. Jetzt machen wir gleich noch ein bisschen Wasser und dann, ach ne, ich habe das Gewicht hinten dran. Sollen wir es einmal in Strohballen, genau, schön über Stöck und Stein. Sollen wir es wieder in. 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 ja nicht und kann nicht umfallen alles gut so das mit dem strot aufpassen genau und jetzt machen wir gleich noch wasser kurz das gewicht abhängen aber erst machen wir mal hier das tourzüge richtig jetzt runter lassen dass man es absetzen können so muss das die schafe sind jetzt auch wieder komplett versorgt genauso sieht es aus und ziegenmilch wolle na gut das wird ja noch schnell gewollt es muss das recht noch im moment aber irgendwie ziege weiß 42 stunden kriegt man ziege braun und ziege weiß also die reproduktionsrate beträgt immer 48 stunden bei die ziegen das heißt aller zwei tage kriegt man da da ist sie kleiner zu das waren wir unseren träger wieder auf dem hoch und dann gucken wir mal was unsere käse produktion sagt halt verkehrte richtung schau die läuft auch gut 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 und wollten wir uns ja mal kümmern da können wir kleiner machen wir gucken mal was so eine so ein maschinchen kostet ich weiß jetzt gar nicht wo ist das drin bei diverses bei diverses ist es nicht drin auch hier war es genau auch hier war es genau und zwar ist hier produktionsgeräte ist den kostet 8600 euro dann haben wir uns mal in erholen zu genau kaufen das weiß ich nicht müssen wir die mit dem ding sollen oder kann man die uns hoch setzen die käme und zusätzlich quatsch das meint man es wurde die müssen wir holen ok habe ich für den jetzt eine dings das stehen aufladen kann ok dein das das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 Einmal nicht hingeschaut und schon fährt man irgendwo ran. Ich hoffe wir kriegen die hier drauf auf den Waren. Jetzt kann ich auch das Gewicht nicht mitnehmen. Das muss ich ja hier lassen. Ja gut, dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen hoch nicht. Kanalabo würde mich auch freuen. Und dann sage ich mal, macht's gut, bis die Tage und Tschau.